Das ist das bislang längste Stück, das es jemals auf einem Single gab. Alle Experten haben gesagt, das kann sich nicht verkaufen, weil viel zu lang und man kann es nicht im Radio spielen. Kann man nur sehen, was die Experten wissen. Kennt ihr wahrscheinlich auch, ne? Das Stück handelt nicht von einem Menschen, die Judith heißt, so dachte ich immer, sondern von dem Sohn von John Lennon und den kennt gleich auch manchmal. Das Stück heißt Hey Jude. Hey Jude. Musik Und dann, wenn du dich in die Welt bist, dann, wenn du dich in die Welt bist, dann, wenn du dich in die Welt bist. Das ist ein cooles Wettbewerb. Das ist ein cooles Wettbewerb. Das ist ein cooles Wettbewerb. Na, 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 na. Hey, June. Dann, let me down. Wer jelly. Das ist ein cooles Wettbewerb für den 사람� Das war's für mich. Musik 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 Das ist noch ein paar Leute. Ob ihr das noch mal zu sehen ist, wenn es nicht gut ist. Das ist ja noch die Autos! Oh, ja! Das ist super! Und jetzt ist es mal geteilt nochmal vollen Stoff! Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Applaus 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 Applaus